Seit Einführung der ersten Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 spielten schon insgesamt 56 Vereine in der höchsten deutschen Spielklasse. Bei dieser Menge an Erstligisten war schon gefühlt jede deutsche Großstadt einmal vertreten. Nicht nur Großstädte, sondern auch kleinere Städte unter 100.000 Einwohner spielten schon mal erstklassig. Während einige Städte wie Bonn, Wiesbaden, Kiel oder Magdeburg noch nie in der Bundesliga waren, gibt es auch Großstädte wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Leipzig und Bochum, die es mit mehreren Vereinen in die Bundesliga geschafft haben. Aktuelles Beispiel wäre dabei die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, die mit Union und Hertha zweimal in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sind. Aber nicht nur in Deutschland ist es so, sondern auch in anderen Ligen auf der Welt gibt es aus einer einzigen Großstadt gefühlt drei, vier, fünf Erstligisten an jeder Ecke. Im heutigen Video sechs Großstädte mit den weltweit meisten Erstligisten. Platz 6, London. Die Stadt London ist eine Metropolregion in England und die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Mit einer Einwohnerzahl von insgesamt 9 Millionen Menschen ist es nicht nur die größte Stadt auf der Insel und die drittgrößte in Europa, sondern mit aktuell sieben in der Premier League vertretenen Fußballvereinen hat London die höchste Dichte an Fußball-Top-Clubs weltweit. Zu den Schwergewichten gehören unter anderem der FC Arsenal, der FC Chelsea, die 2012 und 2021 die UEFA Champions League gewonnen haben, die Tottenham Hotspur FC, die 1972 und 1948 die UEFA Europa League gewonnen haben und West Ham United. Platz 5, Buenos Aires. Eine weitere von Fußballfans vergönnete Fußball-City ist die Hauptstadt von Argentinien, Buenos Aires. Buenos Aires, offiziell autonome Stadt Buenos Aires, ist mit insgesamt 2,8 Millionen Einwohnern die größte Stadt im Land und mit sieben beheimateten argentinischen Erstligisten einer der größten Fußballstädte in Südamerika. Neben Vereinen wie Baraka Central, Argentinio Juniors, Club Atletico San Lorenzo und Club Atletico Huracan gibt es auch international erfolgreiche Vereine wie Vales Saasfield, die 1994 gegen Milan Weltpokalsieger wurden, River Plate, die insgesamt 4x die Copa Lipatadores gewann und Boca Juniors, die 3x den Weltpokal und 6x die Copa Lipatadores holten. Nicht nur für die Erfolge ist Buenos Aires weltweit bekannt, sondern mit den Super-Klassik-Code zwischen River und Boca hat man das vielleicht krasseste Derby aller Zeiten. Platz 4, Istanbul. Istanbul, vor als Konstantinopel bekannt, ist eines der wenigen Städten auf der Welt, das sowohl auf dem europäischen als auch auf dem asiatischen Kontinent liegt. Die Stadt Istanbul hat eine Einwohnerzahl von insgesamt 15,8 Millionen Menschen und ist somit die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei. Obwohl die Stadt sehr bekannt und groß ist, ist sie nur die Hauptstadt des türkischen Fußballs. Insgesamt 8 türkische Erstligisten kommen aus der 15 Millionen Metropole. Die bekanntesten unter ihnen wären Medipol-Basakshir, Fenerbahce Istanbul, Besiktas Istanbul und Galatasaray Istanbul, der UEFA Europa League und UEFA Supercup-Sieger aus dem Jahr 2000. Platz 3, Kairo. Kairo ist eine Stadt am längsten Fluss der Welt, dem Nil. Mit einer Einwohnerzahl von schätzungsweise 21,3 Millionen Menschen, ist Kairo nicht nur die größte Stadt Ägyptens, sondern auch die größte auf dem afrikanischen Kontinent. Die Stadt Kairo soll zwar bald als Hauptstadt Ägyptens abgelöst werden, aber mit insgesamt 8 beheimateten Erstligisten bleibt Kairo als Ägyptens Fußballhauptstadt noch lange bestehen. Neben mittelmäßig guter Vereine wie der Alaya El Jeish SC, National Bank of Egypt SC, ENPPISC, El De Chilietu und den damals als Coca-Cola FC bekannten Future FC, gibt es auch einige gute und erfolgreiche Fußballvereine aus Kairo. Da hätten wir einmal den Paramites FC, ein Retorten-Club ohne echte Fans, der letztes Jahr Vizemeister in Ägypten wurde und 2019, 20 bis ins Finale des CAF Confederation Cup kam, aber dort gegen RS Bergkahn 0 zu 1 scheiterte. El Moukal Vilun El Arab, ehemaliger Jugendklub von Mohamed Salah. Die Bergwölfe wurden 1983 ägyptischer Meister und 1982, 1983 und 1996 gewann sie den afrikanischen Pokalsiegerpokal. Der mit Abstand beste und erfolgreichste Klub aus Kairo ist der Al-Ali SC. Dieser gewann 42 mal die ägyptische Premier League, 37 mal den ägyptischen Pokal, 12 mal den ägyptischen Superpokal, 10 mal die afrikanische Champions League und gewann zusätzlich noch viele weitere Pokale. Mit Stand jetzt insgesamt 116 Trophäen ist der Al-Ali SC der offiziell erfolgreichste Fußballverein aller Zeiten, wenn es um reine Pokale geht. Platz 2, Dakar. Dakar ist eine Stadt in Bangladesch und ist nicht nur die Hauptstadt des Landes, sondern wird geschätzt rund 21,7 Millionen Einwohner im Ballungsraum und mit 8,9 Millionen Einwohnern in der eigentlichen City, einer der größten Städte Asiens. In der Bangladesh Premier League, der höchsten Spielklasse des Landes, spielen von insgesamt 12 Erstligisten 11 in der Hauptstadt Dakar. Nicht ohne Grund hieß die Liga bis Ende des 20. Jahrhunderts nicht Bangladesch League, sondern Dakar League. Der erfolgreichste Klub aus Dakar ist auch gleichzeitig der erfolgreichste in ganz Bangladesch und zwar Aparhani, Limited, Dakar, die 14 mal Meister und 6 mal Pokalsieger in Bangladesch wurden. Wenn ihr denkt, österreichische Fußballvereine haben hässliche Vereinsembleme, dann habt ihr diese beiden Klubs noch nicht gesehen. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es hier einige lobenswerte Erwähnungen. Athen mit 5, Moskau mit 6, Doha mit 6 und Santiago de Chile auch mit 6 Erstligisten in der Stadt. Eine Stadt, wo ich gerade gemerkt habe, dass ich sie vergessen habe, ist die paraguayische Hauptstadt Asocian mit insgesamt 8 Erstligisten. Nicht vergessen habe ich Städte wie Hongkong, Makao oder Singapur, da diese Städte ihre eigene nationale Liga haben und es dumm wäre, diese zu berücksichtigen. Das gilt auch für kleine Länder, Zwergstaaten mit einer geringen Anzahl an Einwohner. Platz 1. Montevideo Die Stadt Montevideo ist eine Metropolstadt und die Hauptstadt Uruguays. Insgesamt 1,3 Millionen Menschen leben in dieser Stadt, was etwa 43% der Gesamtbevölkerung Uruguays entspricht. In der uruguayischen Premiera Division, der obersten Spielklasse im uruguayischen Herrenfußball, kommen 13 von 16 Erstligisten aus Montevideo. Neben Vereine wie Defensor, Liverpool, Wanderers oder River Plate, sind Club Atletico Peñarol und Club Nacional de Football die zwei mit Abstand besten und erfolgreichsten Vereine in der uruguayischen Hauptstadt. Peñarol gewann 51 Mal die Uruguayische Meisterschaft, 3 Mal den Weltpokal und 5 Mal die Copa Lipatadores. Club Nacional dagegen gewann 49 Mal die Uruguayische Meisterschaft, 3 Mal die Copa Lipatadores und 3 Mal den Interkontinental-Weltpokal. Die Stadt Montevideo hat damit nicht nur aktuell die meisten Erstligisten in einer Liga, sondern auch die vielleicht zwei erfolgreichsten Klubs aller Zeiten. Wenn ihr wissen wollt, in welcher deutschen Großstadt noch nie Bundesliga-Fußball gespielt wurde oder welche Stadt die beste Nummer 2 in Deutschland hat, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal.